Was geht ab Leute? Ich bin Suka und heute fängt offiziell die Hypnose-Serie an. Diese Serie ist darauf gezielt, euch genau beizubringen, wie man Menschen hypnotisiert. Und als allererstes müssen wir natürlich klären, was Hypnose eigentlich überhaupt ist. Viele Menschen haben falsche Vorstellungen über Hypnose, die aber gar nicht der Wahrheit entsprechen. Wie zum Beispiel, dass hypnotisierte Menschen wie willmlose Roboter sind, dass Leute in Hypnose wirklich schlafen, dass diese schwach oder leichtgläubig wären oder dass die gar alles nur Schauspieler haben. Also, was ist Hypnose? Damit ihr ein besseres Verständnis darüber erhaltet, gebe ich euch noch eine Definition. Diese Definition stammt aus dem Buch The Oxford Handbook of Hypnosis, Theory, Research and Practice. Wie ich schon im letzten Video bereits erwähnt habe, kann ich nur jedem das Buch weiterempfehlen, der sich noch tiefer in die Materie stürzen will. Die Definition lautet, Hypnose ist ein Prozess, in welcher eine Person der Hypnotiseur einer anderen Person den Probanden Suggestionen anbietet, um Veränderungen in der Wahrnehmung, der Erinnerung und der Handlung zu erzeugen. Hier ist die englische Version der Definition. Ich finde, dass diese noch klarer formuliert ist. Das Wort Hypnose an sich ist irreführend. Es wird von dem griechischen Wort für Schlaf, Hypnos, abgeleitet. Hypnose hat aber nichts mit Schlaf zu tun. Physiologisch gesehen sind das zwei total unterschiedliche Bewusstseinszustände. Wenn man bei Hypnose überhaupt von einem veränderten Bewusstseinszustand sprechen kann. Aber dazu gleich noch mehr. Oft wird das Wort Schlaf in hypnotischen Induktionen als Metapher verwendet, um den Probanden zu signalisieren, dass er sich entspannen soll und seine Augen schließen kann. Aber es ist nicht notwendig, das Wort Schlaf zu benutzen. Weiterhin muss auch nicht das Wort Hypnose verwendet werden. Es spielt auch keine Rolle, ob der Hypnotiseur selber hypnotisierbar ist. Und wirklich jeder kann Hypnotiseur werden. Wirklich jeder kann das lernen. Doch es braucht spezielles Training, um Hypnose in der Medizin, der Zahnheilkunde und in der Psychotherapie anzuwenden. Die Idee, dass Hypnose zwei Personen beinhaltet, und zwar den Hypnotiseur und den Probanden, scheint vielleicht dem Phänomen der Selbsthypnose zu widersprechen, da in der Selbsthypnose kein Hypnotiseur im klassischen Sinne notwendig ist. Aber genau gesehen ist das gar kein Widerspruch. Denn jegliche Art von Hypnose ist Selbsthypnose. Der Hypnotiseur kann dutzende Induktionen anwenden und den Probanden viele verschiedene Suggestionen geben. Doch es ist der Proband, der aktiv mitmacht. Ohne diese aktive Beteiligung würde auch im Endeffekt nichts passieren. Ist jeder hypnotisierbar? Nein. Es gibt Personen, die sehr einfach zu hypnotisieren sind und Personen, bei denen das gar nicht zu funktionieren scheint. Vielleicht 10 oder 15 Prozent der Bevölkerung. Die meisten Personen befinden sich jedoch in der Mitte dieses Spektrums. In der Wissenschaft wird oft eine Skala verwendet, um zu klassifizieren, wie suggestiv die Probanden sind. Die Aufgabe eines Hypnotiseurs im Showbusiness ist es, so schnell wie möglich die Personen ausfindig zu machen, die am suggestivsten sind. Wie man das rausfindet, zeige ich euch noch in den kommenden Videos. Was ist eine Suggestion? Hier gebe ich euch mal die Definition des Studens. Eine Suggestion ist eine geistig-psychische Beeinflussung eines Menschen, in Klammern, mit dem Ziel, ihn zu einem bestimmten Verhalten zu veranlassen. Ganz einfache und typische Beispiele wären, Deine Augen werden schwerer und schwerer oder Dein Arm wird leichter und leichter. Die Rolle der Suggestion ist zentral für Hypnose. Die Verbindung zwischen Hypnose und Suggestion ist so stark, dass sie heutzutage miteinander schon verknüpft sind. Ist Hypnose ein veränderter Bewusstseinszustand? Das ist eine Frage, die nicht einfach zu beantworten ist. Wenn wir davon ausgehen, dass das Bewusstsein zwei wesentliche Aufgaben hat, und zwar erstens, uns und unsere Umwelt zu überwachen, so dass Objekte, Ereignisse und unsere internen mentalen Zustände akkurat repräsentiert werden und zweitens, uns und unsere Umwelt zu kontrollieren, dann könnte man argumentieren, dass Hypnose einen veränderten Bewusstseinszustand erzeugt. Denn Hypnose ändert beide diese Aspekte. Hypnotisierte Menschen sehen Dinge, die nicht da sind, fehlen Dinge zu erkennen, die da sind, und sie scheitern sich an Dinge zu erinnern, die sie gerade erlebt haben und sie können ihren Körper nicht kontrollieren. Von dieser Herangehensweise könnte man sagen, dass Hypnose einen veränderten Bewusstseinszustand hervorruft. Aber vielleicht liegt das Problem auch darin, wie ein veränderter Bewusstseinszustand definiert ist. Wenn man glaubt, dass jeder Bewusstseinszustand mit einer einzigartigen physiologischen Charakteristik assoziiert ist, so ähnlich wie beim Schlafen keine Alpha-Aktivität im EEG sichtbar ist, oder das Auftreten von schnellen Augenbewegungen in der Traumphase. Dann könnte man argumentieren, dass der Mangel eines physiologischen Indikators gegen einen veränderten Bewusstseinszustand in Hypnose spricht. Kurz gesagt, man ist sich noch nicht ganz einig. Es gibt in dieser Thematik noch viel zu erforschen. Es wäre natürlich einfacher, wenn jeder unserer einzelnen Bewusstseinszustände unterscheidbare physiologische Charakteristiken aufweisen würde. Doch das ist leider nicht der Fall. Da wir generell über veränderte Bewusstseinszustände wenig Informationen haben, wurde diese auch nicht in der Definition eingebunden. Falls ihr mehr Informationen über die Definition haben möchtet, dann empfehle ich euch das Buch. Hier wird auch Stellung zu jeder der einzelnen Aspekte in der Definition genommen. So, jetzt habt ihr hoffentlich ein besseres Verständnis über Hypnose. Für die Leute, die sich dafür interessieren, habe ich noch die Definition unten in die Beschreibung gepackt. Und im nächsten Video geht es weiter mit der Geschichte von Hypnose. Falls ihr das Video lehrreich fandet und ihr mehr davon sehen wollt, dann abonniert meinen Channel und schreibt mir unten in den Kommentaren, falls ihr noch weitere Fragen dazu habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. I'm out!